Was ist Prana-Energie? Hallo und herzlich willkommen zu einem Vortrag im Rahmen der Prana-Fragen. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de und dieses ist ein Vortrag, den es sowohl als Video als auch als Audio gibt. Du findest ihn als Podcast, du findest ihn verlinkt auf www.yoga-vidya.de Er wird zu finden sein auf den Wiki-Seiten, du findest ihn in iTunes, in Google Play Store und in jedem Podcast-Verzeichnis oder fast jedem Podcast-Verzeichnis. Also heute geht es um, was ist Prana-Energie? Prana-Energie ist eigentlich wie ein Doppeltgemoppelt. Prana heißt Lebensenergie und Energie ist eben die Energie. Man könnte auch sagen, was ist Prana-Energie? Prana-Energie ist die Energie, welche allem Lebendigen inne wohnt. Du könntest sagen, es gibt auch Elektrizität, es gibt die Schwerkraft, es gibt die magnetische Kraft und noch einige andere Kräfte. Da kennen sich die Physiker besser mit aus. Aber was Leben ausmacht, ist eben mehr als nur Elektrizität, auch wenn im menschlichen Körper elektrische Ströme entlang der Nerven fließen. Was Leben ausmacht, ist mehr als Magnetismus, auch wenn jedes Lebewesen selbst ein Magnetfeld hat. Was Leben ausmacht, ist auch wiederum mehr als Schwerkraft, auch wenn Leben auf der Erde nur wegen der Schwerkraft möglich ist. Sonst würden wir alle irgendwo im Weltraum schweben, es gäbe auch keine Atmosphäre, leben wir unmöglich. Aber was Leben in besonderem Maße auszeichnet, ist eben Prana, die Lebensenergie. Man kann jetzt Prana definieren, und das wäre ein biologisch-medizinischer Ansatz, als ein hypothetischer Begriff für alle Lebensprozesse. Und man könnte den Level von Prana so definieren, die Fähigkeit eines Organismus, sich selbst zu organisieren, sich selbst zu regenerieren und gegen Störungen der Umwelt weniger anfällig zu sein und seine Umwelt aktiv zu gestalten. Das könnte man als Hypothese nehmen und könnte dann sagen, die Homöostasefähigkeit, das Immunsystem, die Regenerationsfähigkeit, die geistige Energie, die Inspiration, die Hirn, was auch immer, Chemie, all das zusammen ist das, was Yogis als Prana bezeichnen, die Chinesen als Qi oder als Qi. So könnte man sagen, dass die Prana-Energie irgendwo ein hypothetisches Konstrukt der alten Inder ist, um die Gesamtheit der psychisch-körperlichen Vorgänge auszudrücken, welche ein Organismus ausmachen, eben in seinen Fähigkeiten zur Selbstorganisation, Selbstregeneration, Selbstheilung, Gestaltung der Umwelt und so weiter. Die Yogis selbst würden sagen, insbesondere die Kundalini-Yogis würden sagen, Prana ist eine feinstoffliche Energie. Sie ist keine physikalische Energie. Prana ist aufgespeichert in den Chakras, in den Energiezentren. Prana fließt durch die Nadis, die Energiekanäle. Prana ist verantwortlich für die Gesundheit des Körpers. Prana steuert den physischen Körper. Prana ist verantwortlich auch für die Emotionen. Ein unruhiges Prana kann zu innerer Unruhe und Nervosität Ängste führen. Ein feuriges Prana kann zu Reizbarkeit und Ärger führen. Ein machtvolles Prana, das zum Beispiel vom Swadishtana-Chakra auswirkt, führt zu einer, man könnte sagen, zu einer sexuellen Attraktivität. Ein Prana, das vom Muladhara-Chakra, vom Erd-Chakra auswirkt, führt zu hervorragenden sportlichen Leistungen. Ein Prana, das vom Manipura-Chakra, also vom Bauch-Chakra auswirkt, ist ein Chakra, das großes Charisma für Politiker oder auch für Wirtschaftsführer bringt, also dass Menschen ihnen helfen und ihnen dienen wollen. Und auch, dass sie Durchsetzungsfähigkeit haben. Ein hohes Prana auf dem Anahata-Chakra, also auf der Herzebene, führt dazu, dass Menschen mit ihren Emotionen auch eine ganze Arbeitsgruppe bestimmen. Und natürlich, wenn dieses ein harmonisches Herzprana ist, dass andere sich in ihrer Nähe angenommen, gewertschätzt, mitgefühlt spüren. Ein hohes Prana auf der Vishuddha-Ebene heißt, dass Menschen gut sprechen können. Dass sie gut kommunizieren können, dass sie mit ihren Reden andere begeistern können. Ein starkes Prana im Agnya-Chakra, im Stirn-Chakra, führt dazu, dass Menschen logisch denken können, Klarheit des Geistes haben. Dass sie eine gute Unterscheidungskraft haben, Dinge gut verstehen können. Gutes Prana im Sahasrara-Chakra führt dann dazu, dass Menschen die Gegenwart des Göttlichen spüren, sich aufgehoben fühlen in einer höheren Wirklichkeit. So ist also die Prana-Energie das, was Menschsein insgesamt ausmacht. Je nachdem, wo die Prana-Energie ist, ist dort mehr Fähigkeiten und Power. Und natürlich gibt es Menschen, die haben wenig Prana, sie bewirken wenig und können wenig ausrichten, aber immerhin auch etwas. Und es gibt Menschen, die haben sehr starkes und massives Prana, sie können viel bewirken und viel machen. Und so ist die Prana-Energie das, was allem Lebendigen zugrunde liegt. Mehr Informationen über Prana findest Du auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de-prana. Da findest Du noch mehr Informationen über Prana, auch über die verschiedenen Prana-Vayus, über die Manifestationen von Prana, über die Chakras, über die Nadis. Und natürlich auch Übungen, wie Du Dein Prana hochhalten kannst, Dein Prana stärken kannst.